Heute Klimmzug, ich habe es euch schon versprochen. Studien besagen, dass eine Frau Minimum einen Klimmzug schaffen soll und die Männer Minimum drei. Schauen wir mal, wie weit wir da selber kommen. Wir machen es heute auf alle Fälle mit Hilfe. Ich habe einmal eine Variante an der Tür mit Handtuch drüber geschlagen. Wir gehen runter und ziehen uns aktiv rauf. Das heißt, wir können mit den Füßen mithelfen. Das heißt, jeder kann das machen. Zweite Variante, Gummi über einen Balken. Auch das hilft man, weil ich durch den Gummizug Unterstützung kriege. Das kann man natürlich auch mit einem Partner machen, wenn man die Füße einfach nimmt und aufhüft. Dritte Variante wäre dann eben komplett ohne Hilfe, wirklich ganz allein aus eigener Kraft. Ob man da 50 geschafft, das ist dann schon heftig, aber erste Variante oder zweite, zehn mal fünf geht sicher. Viel Spaß!